ich grüße euch das sind die besagten nuggets hier ja ich esse eigentlich von clever gerne diese sachen aber irgendwie seit der teuerung muss ich noch ehrlich dazu sagen bin ich ein wenig enttäuscht ich möchte hier nicht jammern dass ich die produkte gerne zurückgeben möchte oder so aber ich möchte nur aufzeigen dass sich da irgendetwas zum schlechten geändert hat ich weiß nicht ist das formfleisch ist das pressfleisch bei den chicken nuggets ist es bei spg irgendwie ein bisschen anders und da frage ich mich warum man eigentlich nicht etwas anders machen kann finde es eigentlich sehr sehr merkwürdig dass man so etwas präsentiert bekommt wo er bis wo ein wenig salz und pfeffer füllt rothen kann man so essen weil das erinnert mich irgendwie es erinnert mich an einen ungeräucherten tofu den man so geschnitten hätte mit mehl ein paar nade gemacht hätte das erinnert mich wirklich so daran und nein ich leider nicht unter geschmacksverwirrung und es schmeckt auch irgendwie anders ich kann mich noch vor 20 jahren erinnern da habt ihr von clever die nuggets sehr sehr gut gemacht und ich habe hier das gefühl dass er unter dem motto teurer aber lassen wir ein paar sachen weg handelt ich möchte hier nicht auf den höchsten niveau jammern aber wenn man schon preise anhebt und sollte der geschmack wenigstens wie vor 20 jahren beibehalten bleiben für mich sieht das eher aus wie ein form- oder pressfleisch weil die anderen nuggets von sbg sehen anders aus als wie desto und wenn ich mir den sack vom sbg kaufe ist das säckchen um einiges größer und die nuggets sind auch noch ein bisschen größer und nicht dass ich den hersteller kritisieren will aber irgendwas ist da nicht mit rechten dingen zugelaufen wie gesagt essen kann man sie und ich würde deswegen das auch nicht zurückgeben weil ich möchte nur aufmerksam machen hier fehlt irgendetwas klar ist man jetzt eben mit reis und so weiter ich probiere einfach sachen wo ich mir denke ich hätte wieder mal lust darauf aber dann erfährt man wie bei diesem clever produkt ein wenig enttäuschung aber wie gesagt ich würde es nicht wegen paar fehler zurückgeben ich möchte nur aufzeigen dass da produzent etwas vergessen hat und ich kenne das eigentlich so dass man fleisch salzen und pfeffern tut genauso wie die eier außer man hat hier das produkt auf vegan um umgestellt oder vegetarisch und hat mit absicht noch chicken nuggets draufstehen also ich habe einen unterschied jetzt festgestellt fazit mäßig die nuggets von s budget sind gewürzt und das was bei clever hier ist was ich jetzt getestet habe da steckt ein wenig dollar zeichen in den augen und das kann man besser machen vielleicht sollte man die rezeptur wieder beibehalten die vor 20 jahren mal da war weil ich habe eher das gefühl dass hier die rezeptur wegen dem teuren preis verändert worden ist aber hoffentlich wird man fall überprüft und ich sage danke